Es folgt der Oberbayern-Rundspruch. Guten Abend, die Welt 2L, 2L und Oldman. Hier ist Delta-Dima 0, Bravo Sierra, die Rundspruchstation des DART-Gitriks Oberbayern. Es gibt Rundsprüche im Amateurfunk, den Deutschland-Rundspruch, den Oberbayern-Rundspruch, es gibt einen Hamburg-Rundspruch. Es gibt, ich glaube, auch von anderen Amateurfunk-Verbänden Rundsprüche und manchmal werden sie von Band abgespielt und manchmal werden sie live gesprochen. So wie dieser hier über das Zugspitz-Rallye DB0ZU eben auf der Zugspitze. Ja, und am Ende dieses Rundspruchs hier für Oberbayern passiert nun folgendes. Die Seite sowie der E-Mail-Abbottokon. Vielen Dank für Zuhören und AWDH bis zur nächsten Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sitzen am Ende unserer heutigen Oberbayern-Rundspruch. Jetzt folgt noch der Beschreibungspartier. So, guten Abend. Hier ist Delta-Lima 0, Bravo Sierra, die Rundspruchstation des DART-Gitriks Oberbayern. Ja, das ist es. Man meldet sich zurück, so hat Anna-Marie, die hier diesen Rundspruch verlas, die Information, wer war eigentlich dabei, wer hat zugehört. Und die Zuhörer bekommen eine Information, dass sie auch sendemäßig dort hinkommen. Und zumindest bei DB0ZU in Oberbayern ist es so, dass zuerst das benachbarte Ausland, in der Regel Österreich und Schweiz, drankommt. Und dann werden rotierend die einzelnen Präfixe abgefragt. Hören wir mal weiter zu. So, heute beginnen wir mit Delta Foxtrot. Ja, Delta Foxtrot. Es beginnt Delta Alpha, Delta Bravo, Delta Charlie, Delta Delta. Also, ich muss jetzt lange warten, bis ich dran bin. Deswegen klinke ich mich kurz aus und starte die Aufnahme wieder, wenn Delta Delta dann dran ist. Eben nach Delta Charlie, Delta Bravo und so weiter. Und zwar, ich werde Anna-Marie grüßen, ich werde mich für den Rundspruch bedanken und allen eine schöne Woche wünschen. Und ihr seid gleich dabei. Jetzt gleich. Ja, ich versuche es nochmal. Delta, Delta, Delta Null, Uniform Lima, Uniform Lima. Michael hier in München. So, jetzt habe ich, danke, ich hoffe, das ist korrekt. Delta, Delta Null, Uniform Lima, war das Roger? Roger, Roger, 73. Ja, Michael, danke. Jetzt kam es drüber, du bist ein bisschen vorausgewiesen. Ja, das ist das Schöne, man kennt sich auch, man kennt die Rundspruchmannschaft. Ich fühle mich informiert und ihr wisst jetzt auch, was es mit dem Bestätigungsverkehr auf sich hat. Wenn ihr QSOs macht und sei es nur der Bestätigungsverkehr, wünsche ich euch dabei angenehme QSOs, 73 und bye bye.